Musik Herzlich Willkommen bei Leine ab und leben. Im heutigen Video zeigen wir euch wieder mal Beispiele, wie ihr mit eurem Hund auf ganz einfache Art und Weise kleine Trainingseinheiten durchführen könnt. Um eine starke Bindung zu seinem Hund aufzubauen, und ein Team zu werden, ist nicht ein riesengroßer Aufwand notwendig. Gemeinsam, kleine Trainingseinheiten, im Haus, Garten oder im Wald, kann eurem Hund schon so viel Spass machen und genau diese erwähnte Bindung stärken. In diesem Video zeige ich euch das Beispiel, wie ich mit anderen Hundefreunden beim Besuch auf dem Biobetrieb Speldhof dessen Infrastruktur für eine kleine Trainingseinheit benutzen durfte. Ich habe von meiner Seite her zusätzlich noch zwei kleine Trainingsutensilie mitgebracht, in Form von einem Gleichgewichtsbord und einer kleinen Holzleiter. Es wäre nicht mal zwingend gewesen, dies mitzunehmen, denn es waren genug Gegenstände vorhanden, um einen kleinen Mini-Parcours mit seinem Hund zu absolvieren. Ich hoffe, dieses Video gibt euch wieder eine kleine Anregung, mit eurem Hund gemeinsam etwas Neues und vielleicht auch an einem anderen, neuen Ort zu erleben. An dieser Stelle bedanke ich mich bei Mire und Werner, dass wir auf dem Speldhof vorbeikommen durften, um diese Trainingseinheit zu absolvieren. Ich wünsche euch nun viel Spass beim restlichen Video, freue mich natürlich über Likes, Kommentare und wenn ihr unseren Kanal abonniert, dann verpasst ihr kein Video. Ich sage bis auf ein weiteres Tschüss! Bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal!